Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, wo ich euch mal zeigen werde, warum es sich unbedingt lohnt, zu den 22. Kilo Open Source und Linux Tagen zu kommen. Die finden am 19. 20. und 21. September 2024 statt. Und die Vorträge könnt ihr zwar auch online euch angucken, hinterher den Mitschnitt angucken, aber vor Ort ist das Ganze viel, viel schöner. Denn es gibt neben dem eigentlichen Konferenzprogramm auch noch Workshops, die bloß vor Ort stattfinden, beziehungsweise eine Ausnahme gibt es dieses Mal, die nur online stattfindet. Aber der Rest ist halt vor Ort, genauso wie die Ausstellung, die wir haben werden, genauso wie Verlosungen, die wir machen, gemeinsames Grillen, gemeinsames Frühstücken. Wir haben so einen Rätselbereich, an dem ich gerade noch ziemlich stark rumarbeite. Das wird interessant oder ich finde es interessant, aber ihr könnt das auch bloß vor Ort machen. Das ist so ein bisschen wie so ein Escape Room vor Ort. Dann haben wir noch viele andere Dinge, so wie eine Fotowand, wo ihr denn Fotos mit euch machen könnt. Da steckt ihr den Kopf durch und dann habt ihr hinterher eine wunderbare Erinnerung daran, dass ihr da gewesen seid in einem lustigen Motiv. Ja, aber gucken wir mal ein bisschen rein, was es wirklich so alles gibt. Es gibt sehr viele Details auch noch dabei. Los geht es bei uns am 19. September. Das ist bei uns der LPD, der Linux Presentation Day. Der ist so ein bisschen abweichend von dem offiziellen Datum. Bei uns ist das vorgezogen, damit das in das ganze Programm auch reinkommt. Dort haben wir dann drei Vorträge, die sich an Einsteiger und Umsteiger richten, damit ihr einen relativ einfachen Einstieg mal mitbekommt. Und dann haben wir die zwei folgenden Tage sind volles Programm mit viel Workshops, mit viel Vorträgen, mit der Ausstellung. Die gibt es am ersten Tag an dem LPD-Tag noch nicht. Also zwei Tage plus Ausstellung und alles drum und dran. Dann werfen wir einfach mal einen Blick ins Programm selbst, was wir da so alles haben. Dieses Mal haben wir überwiegend vier Tracks parallel. Wir haben einen komplett Online-Track, der nicht immer die ganze Zeit durchläuft, aber da haben wir einige Sachen drin, die es wirklich eben bloß online gibt. Dann haben wir Workshops in einem extra Raum. Dafür müsst ihr euch allerdings auch anmelden. Also wenn ihr irgendwo bei mitmachen möchtet, klickt einfach drauf auf Info und Anmeldung und dann für diesen Workshop anmelden. Und ja, einige sind auch schon komplett voll. Aber wenn das gehen würde, wenn da noch Plätze frei sind, dann meldet ihr euch darüber an, tragt eure E-Mail-Adresse ein und dann werdet ihr benachrichtigt und müsst da einmal bestätigen, dass ihr auch wirklich daran teilnehmen möchtet. Und im Falle eines Falles, dass ihr vielleicht doch nicht mehr daran teilnehmen könnt, dann meldet euch bitte auch ab, damit jemand anders diesen Platz kriegen kann. Dann haben wir hier parallel in zwei Räumen unsere Vorträge. Und dafür müsst ihr euch nicht anmelden, kommt einfach vorbei. Oder ihr könnt die meisten davon auch direkt live im Internet gucken. Wir übertragen die Vorträge auf Twitch und YouTube bei Linux Guides. Und für diejenigen von euch, die die großen US-Anbieter nicht mögen, was total berechtigt ist, haben wir auch einen eigenen OnCast, sodass ihr das denn auch ohne US-Anbindung machen könnt. Da haben wir relativ viele Vorträge. Wir haben es auch sogar geschafft, noch eine kleine Pause unterzubringen. Das wäre dann einmal kurz der Überblick über den Freitag. Dann haben wir natürlich auch noch den Samstag. Der beginnt mit gemeinsamen Frühstück, mit dem Software Freedom Frühstück am Software Freedom Day. Und dort gibt es halt gemeinsames Frühstück, bei gutem Wetter sogar draußen im Zelt, bei schlechtem Wetter halt drinnen. Dann geht es weiter mit Workshops, die auch schon parallel stattfinden, weil wir es sonst anders nicht untergebracht gekriegt hätten. Und Vorträgen. Dann haben wir noch eine spezielle Workshop Area. Die kommt noch mal mit dazu, neben den Räumlichkeiten, die wir sowieso schon haben. Weil wir sonst nicht alles untergebracht bekommen hätten. Also Glück im Unglück. Also mehr Bedarf, als was wir insofern Räume gehabt hätten. Dann haben wir diese bewegte Pause. Neben dem ganzen Essen, was wir machen, wir grillen ja zusammen auch. Stimmt, habe ich gar nicht gesagt. Steht auch nicht im Programm. Aber das machen wir am Freitagabend hinterher. Und da gibt es denn auch die bewegte Pause. Ihr könnt natürlich dann auch was essen und euch nicht bewegen. Aber unsere Idee dabei ist, dass wir uns so ein bisschen bewegen, so ein bisschen Richtung Sport. Und der Witz dabei ist, dass so ein paar Leute sich in ein Pinguin-Kostüm zwängen. Also ich mache da natürlich auch mit. Und dann versuchen wir diese Übung nachzumachen. Und das ist die bewegte Pause. Und ihr dürft natürlich auch dabei mitmachen. Ansonsten guckt einfach zu und esst irgendwas oder so. Ja, dann gibt es vielleicht am Samstag hinterher auch nochmal gemeinsames Grillen. Je nachdem, wie die Stimmung so ist oder ob wir einfach alle so platt sind, dass wir bloß noch nach Hause wollen. Kann auch passieren. Obwohl in den letzten Jahren haben wir es wirklich so gemacht, dass wir dann auch nochmal gegrillt haben. Ja, dann gibt es verschiedene Vorträge, Workshops und so weiter, wie man es halt so kennt. Und das ist quasi der Vortrags- und Workshop-Teil. Also dasjenige, welche, also der Wissensteil mehr oder weniger. Dann gibt es allerdings auch noch die Ausstellung. Dort gibt es verschiedene Firmen, die sich vorstellen oder auch Projekte, die sich vorstellen, wie zum Beispiel Debian, E-Groupware, OpenStreetMap, FSFE, InkStitch und so weiter und so fort. Der lokale Hackerspace, Toppoint, der ist dann auch da. Und Ubuntu Community, Viacom, GmbH. Und das Ganze wird dieses Mal mit so einer Art Rätsel-Rallye verknüpft sein. Also an einigen Ständen werdet ihr denn Hinweise finden, um dieses Rätsel zu lösen. Das sind verschiedene einzelne Rätselfragen und das wird da so ein bisschen versteckt. Also von daher lohnt es sich, auch die einzelnen Stände zu besuchen. Auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt an dem Produkt oder sonst was interessiert seid. Also von daher guckt dort gerne vorbei, um das Rätsel zu lösen. Und vielleicht kommt ihr denn hier ins Gespräch und findet dabei vielleicht Dinge raus, die ihr sonst vielleicht nicht rausgefunden hättet. Ein paar von unseren Aktionen habe ich ja schon angesprochen. Wie ich gerade festgestellt habe, auch so ein bisschen essenszentriert. Also das Frühstück haben wir natürlich dabei. Und es gibt auch dieses Mal Linux Erste Hilfe Praxis mit Dr. Kernel und Mr. Panic. Mit Mr. Linux Guides, beziehungsweise Jean, bekannt vielleicht vom Kanal, vom Tux Flash und so weiter. Wir machen eine Menge zusammen. und Saint of Sinner, beziehungsweise Micha, der einen Twitch-Kanal heißt, der auch Saint of Sinner heißt. Und dort spielt er entweder Spiele am Dienstag und Donnerstag gibt es bei ihm meistens ein Linux-Technik-Thema. Es sei denn, wir haben gerade an dem Donnerstag unseren gemeinsamen Tux Flash. Die beiden werden sich denn um eure Linux-Probleme kümmern, wenn sie denn Zeit haben. Die sind auch so ein bisschen insgesamt ins Programm eingebunden und sind auch dafür da, die technischen Probleme, die eventuell beim Streaming aufkommen, auch ein bisschen zu lösen. Also die beiden sind nicht immer direkt da, aber meldet euch einfach, wenn ihr da irgendwie ein Problem haben solltet und nehmt auch die Technik mit, die ihr dafür braucht. Also wenn der Drucker nicht funktionieren sollte, nehmt den Drucker mit, inklusive Laptop, wo er angeschlossen werden soll, zum Beispiel, damit die beiden eventuell direkt vor Ort schon die Probleme lösen können. Und je nachdem, wenn ich mal eine freie Minute habe, komme ich da dann auch vorbei. Aber so wie ich es aus den letzten Jahren kenne, werde ich wahrscheinlich wiederum keine Zeit haben, irgendwo dran teilzunehmen. Also ich werde wiederum keinen Vortrag sehen, wiederum an keinem Workshop teilnehmen. Und ja, also ich habe genug mit der Organisation, auch während der Linux-Tage zu tun. Ich habe eine ganze Menge Hüte auf bei dem Ganzen. Dann haben wir die bewegte Pause beziehungsweise das Pinguin-Turnen. Dabei macht die Fitnesstrainerin Lilly mit uns ein paar einfache Übungen. Einige haben so ein Pinguin-Kostüm an. Guckt euch das Ganze einfach an oder macht natürlich auch gerne mit. Ein bisschen entspannter ist unsere Linux-Lounge. Da könnt ihr euch hinsetzen. Und dort wird auch diese Fotowand stehen. Da könnt ihr ein Foto machen, wie ihr euren Kopf durch diese Wand durchsteckt. Und das wird noch ganz drollig. Und dort gibt es auch diesen Rätselbereich, beziehungsweise dort ist eine Station von diesem Rätselbereich. Und ja, also es lohnt sich dort mal vorbeizugucken. Vor Ort haben wir auch noch eine Jobwand, wo verschiedene Stellenangebote von Unternehmen und Organisationen stehen. Könnt ihr einfach mal gucken, ob vielleicht für euch was dabei ist. Genauso analog ist unser Postkartenversand. Ihr könnt eine Pinguin-Postkarte ganz analog ausfüllen, in unseren Pinguin-Postkasten reinschieben und direkt von den Kieler Open Source und Linux Tagen eine Postkarte an irgendjemanden schicken, um vielleicht mitzuteilen, dass es gut war und dass jemand wirklich was da verpasst hat, weil er nicht da war. Dann haben wir auch noch ein Gewinnspiel, beziehungsweise wir haben zwei Gewinnspiele an den Abenden am Freitagabend und am Samstagabend. Da verlosen wir verschiedene Dinge. Wir werden wiederum sehr viele Tüten packen und von unseren Sponsoren haben wir sehr viel dafür bekommen, um diese Tüten zu füllen. Das Größte dabei ist der Linux Hotel Gutschein für einen freien Workshop Platz. Dann könnt ihr, wenn ihr gewinnt, nach Essen fahren und dort im Linux Hotel an einem Workshop teilnehmen. Dann haben wir noch eine Menge anderes, also zum Beispiel Tux-Uhren haben wir von Tuxedo bekommen. Da sind sehr viele Becher noch bei und von unseren Dingen, die wir so in den Jahren mal produziert haben, kommt auch noch ein bisschen was dazu. Dann wird es wahrscheinlich Aufkleber geben, Kugelschreiber und alles Mögliche. Ich habe wirklich den Überblick da verloren, was wir alles bekommen haben. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere ganzen Sponsoren, die uns sehr viel unterstützen. Einmal mit Geld und dann auch mit diesen Kleinigkeiten, die wir euch denn auch wiederum geben können. Ansonsten können wir das Ganze nicht machen. Wichtig dabei ist, die Preise werden nur an Anwesende vergeben. Wir schicken nichts hinterher. Ja, dann haben wir auch das Ganze auch nochmal in Online-Variante. Mit Linux News zusammen gibt es ein Gewinnspiel, ein Online-Gewinnspiel. Da gibt es, ich meine, drei Preise. Die schicken wir auch wirklich zu. Aber für die anderen Dinge am Freitag und Samstagabend müsst ihr auch wirklich vor Ort sein. Sonst geht ihr leider leer aus. Wenn ich sage, hier, ich bin's, hat Pech gehabt. Das bereits so ein bisschen angekündigte Rätsel, das ist dieses Mal auf meinen Mist gewachsen. Das ist Professor Doktor Mechatrons Rätsel. Da machen wir so eine kleine Zeitreise in das fiktive Jahr 1925. Dort findet in der Messehauptstadt Kiel die erste Weltrobotermesse statt. Das ist so der Aufhänger dabei. Und der gute Professor möchte gerne würdige Kandidaten für seinen Forschungspreis schon mal aussieben. Also er will bloß die wirklich Guten haben. Und darum hat er so ein paar Rätsel gestellt und innerhalb von unseren Kieler Open Source an den Ständen in dem Gebäude werdet ihr die Hinweise finden, um dieses Rätsel lösen zu können. Dort gibt es dann auch noch zweimal zwei Preise. Also wiederum am Freitagabend und Samstagabend. Also für die beiden Besten jeweils am Tag gibt es dann auch noch mal zwei kleine Preise. Dann Essen natürlich, Grillen am 20. am Freitag eigentlich. Aber vielleicht eventuell auch noch am Samstag. Muss man gucken. Wichtig dabei ist, Grillgut bitte selbst mitnehmen. Ja, bei gutem Wetter können wir es machen. Bei schlechten halt eben nicht. Man weiß es vorher bei uns nicht. Dann haben wir auch noch Merchandise-Verkauf mit verschiedenen Dingen, die wir so im Laufe der Zeit produziert haben. Wieder neu aufgelegt haben, die vielleicht auch neu dazugekommen sind in diesem Jahr. Unter anderem sind T-Shirts dabei, Maus-Pads gibt es sogar zwei neue Varianten dieses Jahr. Dann haben wir verschiedene Tassen. Dann haben wir die Pepper & Carrot Comics von David Revoire. Tastaturaufkleber, Grillzangen und vieles, vieles mehr. Also ihr könnt Erinnerungen von den Kilo Open Source und Linux Tagen mit zu euch nach Hause nehmen und euch schon mal aufs nächste Jahr freuen. Das war denn letztendlich so ein grober Überblick über die ganze Veranstaltung. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was direkt vor Ort ist, dass ihr euch mit Leuten unterhalten könnt, Fragen stellen könnt, direkt von Angesicht zu Angesicht. Das ist alles ja zum Glück wieder möglich. Also kommt gerne vorbei, macht an den Workshops mit, nachdem ihr euch natürlich angemeldet habt. Guckt euch die Vorträge an, habt nette Gespräche, esst mit uns zusammen und habt einfach eine nette Zeit. Ja, also ich hoffe, Wir sehen uns. Bis dann und Tschüss.